Mecknake, ich hab ihn doch anfliegen sehen, ey der hat von ganz hinten nach ganz vorne geballert. Alter. Mensch, was glaub ich, da schworren mir die Kühlzeite. Wtf. Ich rühre mir mal ein bisschen auf. Mit Fernaufklärung. Oh ey, das geht mal auf den Sack. Der, die, das. Ne. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Mein Taktikeinstieg wurde zerstört. Wirklich sehr schade. Ja. Bei dir sind ein paar, aber mein Blitzschlag kriege ich das gleich schon. Ich hab grad meine ganzen Pumpeserien rausgehauen. Ja, hab ich gesehen. Mensch, AGR, du bist mal im Sack. Robby und Warthog. Hast du jetzt Worte raus? Ja. Ja, hast du ja schon. Ups. Gut, da hab ich danach noch den Schwarm raus. Gut, da hab ich dann noch den Schwarm raus. Na ja. Ich hab's gedreht. Ich hab's gedreht. Ja. Ja, du weißt. Gut, da hab ich dann im Sack. Das war halt aber ein knappes Spiel. Jaja. Also noch könnten sie gewinnen. Ja, das stimmt. Vor allem die FBI-Leute. Besonders gut heute, oder was? Ja, die sind doch besonders gut. Die hauen mal richtig schön die Kacke weg. Nein. Oh, bin ich blöd. Oh, ja. Habe ich meinen Schwarm rausgeholt. Oh. Hey. Die Protzen mit der Pumpe sind echt schlecht. Oh. Genau. Ganz doofe Mischer. Ich wusste es. 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 Ich wusste es mehr als dieses Spiel. Ne gut, das nicht aber ich mag sie trotzdem nicht. OBI! 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 Wir haben OBI! OBI lang wie nur OBI! Ich würde ansonsten nicht mit dem Potze teilweise rumspringen. hat er grad schwules ohr gesagt ein schwules ohr jawohl da klaut dein Wotok mit den kill mann ach der Wotok ist auch immer noch da hab ich Dings schon rausgekommen ja da ist ihr gleich weg das gibt es nicht hat mich da schwarm schon wieder gefühlt ja genau dort tausend gibt es hier am Start ich komm die ganze Zeit irgendwelche abzeichen hier rein das voll nervig mit der Zeit ich wusste es ey ich wusste es nicht abdruck ähm nein alter wie hat der Wot mich jetzt gekillt ey ich egal okay wisst Du was wir mal spielen könnten wenn ich mich muss das kostenlose denn noch was schickte nach einmal in den spiel nur noch unterladen dann irgendetwas oder es gibt auch play for free aber da da habe ich nicht so viel bei hier muss hatte ich damals sogar geld rein gesteckt deswegen ganze nacht wahrscheinlich ok ich weiß nicht wie meine mutter morgen arbeiten muss wahrscheinlich wieder früh ist ab halb drei dauert ziemlich früh ins bett gehen und da wir wende aus papa haben muss man gucken wie lange ich auch aktiv reden kann falls er nicht mitbekommen hat montana flex ein aktiver wieder dabei wenn ihr nicht kennt gibt immer bei youtube ein da wohnt bei mir in der nähe und mein chef meinte der kindin sogar persönlich ich will ich euch dem glauben darf aber montana flex hat 8000 abonnenten auf youtube ist auch der habe ich mal auf facebook geteilt die in weimar mal hier dieses dieses video gedreht haben da mit ihren komischen soft airs und so laufen goethe platz auch nicht auf dem bildplatz und beim da wo die ganze stadt muss immer halten man hat so erinnert und von der post und bei das ist doch hier und muss los verraten oder wiederholt das ist ein zweimal und zweimal so ein komiker oder macht das der macht viele solche die größte im weimar okay ich stechte montana flicke das nämlich kann gameplay typisch wie kommanderkrieg vielleicht hat er so spaß hochgeladen weil das ist auf jeden fall das verraten das muss ich so kurz für die in welife meine ich jetzt hieß das auch so ja wohl dann ist es wahrscheinlich doch nicht da ja dann habe ich das verwechselt spaß dann hochgeladen hat ja oder er der zweite aktor in dem video war noch vier minuten spielen wir ok oder gesagt dreieinhalb weil ich wollte gerne nur zwei parts davon erstmal haben wir können ja gerne noch weiter spielen aber ich nehme höre dann auch mit aufnehmen die kürzer und ein guter auf jeden fall ein bisschen könnte dann wieder richtig unter den spielenden leveln ja gut das sind alle sind wollen wo ich jetzt habe ich ich bin schon komplett ich könnte so kommt die streuen aber ich bin macht man nicht r ab dem bock noch mal zu gehen hast du dann die goldene tarnung trotzdem noch? äh ja solange ich die statistik nicht zurücksetze schon ich kann aber auch statistik zurücksetzen was ich auch bald machen werde ähm weil ich mir einen besseren kd ersparen bei dem den ich jetzt jetzt habe kann ich nicht unbedingt zeigen sie wird 9 wir werden 2 auch kommen mit reichen hm 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 also keine ahnung fand ich nur irgendwie lustig holt der die worldtalk wenn ich wieder meinen schwarm hab ähh das Spiel ist immer mal berechenbar und immer mal Oh normal Mama Was hast du denn für eine Leitung? Rechts im K Ok dann darfst du doch bei dir schnell gehen, kann man ja jetzt gleich machen Aber ich habe echt keine Leitung, damit ich noch reden kann Es dürfte bei euch nur 2 oder 3 GB groß sein Oder 1,3 Halbe Stunde habe ich das denke ich mal Bis ich jetzt nicht mehr, ich lag glaube ich mit 1,8 runter Nice, nice Ich mit 678 Weiß ich auch, mein Kumpel, ich war letztes mein Kumpel mal wieder zocken Habe mir ein Spiel rumgeladen Habe auf der Downloadgeschwindigkeit geguckt 5,6 MB pro Sekunde Ja, läuft bei ihm Ja Es dürfte glaube ich eine 460er sein Ich meine es wird schon Es wird auch einigermaßen Es wird wahrscheinlich auch viel bessere geben Bis zu 150.000 geht es Bis zu 150.000 geht es Eigentlich krank So, wir bedanken uns für das zugucken Und bis zum nächsten Mal Roterein Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal